Ähm, Reparatur-Kits haben wir, glaube ich, noch dabei. In irgendeiner Tasche war noch eins drin. Oder zwei. Meines war eins. Ich bin mir nicht sicher. Offenklich, offenklich, offenklich. Oh Gott, der betrachtet noch ein bisschen, ne? Ruckel die, ruckel die, ruckel die, ruckel die, ruckel die. So, komm, blub, die Fahrt über. Machen wir noch mal ein Bild. So. Jetzt noch, obort. Ich guck gleich hin. Ich guck hier nicht hin. Alles gut. Ja, noch so viel. Ja, eben. Siehst du, ähm, hat uns ein bisschen weggeschoben. Hier ist es. Ultra-Alkogen-Zombies, Alter. Ist, äh, zur Polizei sind wir schon öfters aufgehalten worden. Und Polizei ist der Gebäude, ja. Genau, und der Handler, der direkt an der Ruckel, die, ruckel die, ruckel. Der ist mit dem Solar. Ja, okay, nochmal alles Stück für Stück. Einfach mal abgehen und... Vielleicht haben sie was Gutes. Also zumindest mal die mit dem Elektro-Stuff. Entschuldigung. So, warte, vorne ist er. Da gibt's keine, da mit einem Spannwerk gibt's noch Solar-Panelen. Und da sind wir ja fast, da können wir ja beim Händler eigentlich quasi links rumfahren. Und dann kommen wir direkt zu diesem Hafen. Oh, warte mal, ich hab... Äh, ich lass dich mal da beim Händler, warte mal. Warte mal, wenn du grad was gesehen hast, das würde mich grad mal interessieren. Ich glaub, das war ich bis jetzt nur einmal. Dann können wir doch da raufentfahren, ist doch egal. Bist du, ist denn das Auto schon wieder so kaputt? Oh, im Gottesdienst. Ja, das ist, ist noch okay. So, mach du nur. Ich immer kurz gucke, kann in der Zeit schon mal ein bisschen aufholen. Wir haben drei Stück. Ein 300er, ein 50er, ein 200er. Ja, let's go. Mitnehmen. Abfahrt. Nice. Auf jeden Fall. So, was haben wir hier für eines? Bisschen Zement, ein bisschen Äußerärz. Ach, Quatsch, hier waren wir... Ja, hier waren wir... Okay. Na, trotzdem, kann man kurz gucken. Was war da wegen der Ausdauer? Hm. Ich hab nicht genug zum Tauschen in der Tausche. Guck mal, ich hab ein bisschen was mitgenommen. Die ganze Händlerkiste ist leer. Also beide. Dann alles weg. So, ihr Light. Let's go. Aber ich weiß ja nicht, in welchem Rucksack das ist. Boah, muss ich ja irgendwann mal alle rausholen. Irgendwo ist es drin. Ich glaub, ohne rechts der, weil... Oh, guck, guck mal. So. Jawohl. So will ich das sehen. What the f... Oh, Feuerstoß hier. So. Alter, was hält'n der aus? Da krieg ich mich. Dann vielleicht, wenn ich das wieder reinpacke, dann wird das wieder mit mir. Was? Tja, keine Ahnung. Oh, Zement vielleicht? Ah ne, alles Landwirtschaft. Okay. Ah, ich schaue noch mal gemint, dass wir ein Zement singen. Das ist alles Oerse. Ich krieg's nicht hin. Der ist zu heftig. Ja, wenn nicht, auch wenn wir irgendwas... Wir finden hier wieder Loot. Ich... Einfach ringkloppen. Ja. Das ist irgendwann direkt... Achso. Ich kann nicht Fahrerhose reinnehmen. Aus dem Auto. Und die Bücher geben nichts. Die gehen nicht? Die gehen so gut wie nicht, nö. Okay, das ist aber dann arg geändert worden, weil ich hatte das damals mit den Büchern gemacht. Also ganz am Anfang. Na, ist super. Ich kann mal fortschmeißen. Haben wir eh schon alle. Oh. Hello there. Mhm. Okay, ja gut. Wenn man Same brauche hier, ist immer gut bedient. Alles voll mit Same. Ja. Wir brauchen eigentlich nur Weizen. Ist hier alles... Ist krank. Lass mich fahren. Also LKW fahren. Und dann stehen Anhänger dran und Abfahrt. Es ist hier schon doll. Es muss nur noch umprogrammiert werden, dass man nur fahren kann. Ich repariere mal das Auto. Hm? Na gut. Ich gehe auch wieder weg. Zweckschnuller und Wirtschaftsgedönse. Das war's. Höne geht noch die Straße hoch. Warte mal. Bitte, bitte, bitte. Ich gehe da mal kurz gucken. Oh, da kann man vielleicht die Same bei ihm entauschen. Oder es gibt ein bisschen mehr. Ich habe jetzt den Rucksack endlich gefunden. Ich gucke es mal. What? The fuck? Oh, es geht. Okay. Warte. Ich habe etwas gemacht. Okay. Okay. Das muss ich aber noch mal testen. Kann ich da schon wieder Backhaus prüfen? Man kann zwar so rollen, aber Springe und Rolle. Warte. Ja, so geht's. Okay, alles klar. Nice. Wärm und Springe rumrolle. So. Ach du Scheiße. Nein. So. Und Rest in Peace. Schnell. Irgendwohin. Hoch, 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 hoch. Hallo. Wie viel Uhr? Ah, es wird jetzt auch schön hell. Es ist mir aufräum. Oh. Oh, hier gibt es auch. Zement und Erze. Nice. Ein bisschen Kalk. Sehr gut. Ohne bisschen was zu Freise. Komm, der Apfel. Habe ich mir gerade noch verdient. Oh, hallo. 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 Und du hast voll verdient. Nice. Okay, ich habe sie. Ist hier oben irgendwas? Nice. Einfach nur zum Schutz. Okay. Falls die Horde kommt oder so. Ich nehme mal ganz kurz hier mal eine Tablette. Das ist auch nur Landwirtschaftsgedönse. Was sagen wir noch? Das hat immer alles geguckt. Kleiner Rucksack und ein paar Pistole. Oh, das sieht gut aus. Oh, man kann es doch. Man kann es doch gut. Aber ich habe schon gedacht, die Anzeige kann man aber erinnert. Äh. Eiseklumpe. 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 Düt. Düt. Das nehme ich auch mal nicht. Ich glaube, die kommen zu, die Grand. Alle Zombies gehen in irgendeine Richtung. Äh. Ja, ich bin da hochgegangen auf diese komische kleine Farm. Das Eise nehme ich alles mit. Zack. Jetzt haben wir es doch mal hier. Also geloot hatte ich hier noch nicht. Das sind Motore, Kabel und so. Das bauen wir sowieso übelst viel. Übelst viel. Für die neue Hardbase. Na komm. Ram, dum, dum, dum. Zement. Und schon sind wir überladen. Wo bist du denn beim Auto? Nach der Straße. Willst du hochfahren? Warte. Ich bin hier gerade am Stein gesammeln. Was ist denn das hier? What the fuck? Du bist wieder zurückgegangen, oder wie? Ich bin neben die Seite hoch. Bist du da beim Wasserturm, oder was? So, jetzt. Warte. Äh. Ja, genau. Ich bin zurückgegangen. Zur Karte bin ich ein bisschen weiter. Bisschen weiter weg. Okay. Ich glaube, ich bin hier. Eiseklumpen und gedöhnt so. So, mich hören? Schon? Hier richtig? Ja. Bisschen weiter. Genau, der Straße über Folge, die du neben bist. Nee, bei dir. Ich glaube, rechts von dir. Oh mein Gott, da kommt, da kommt, hier kommt so ein Messer. Ich muss wegfahren. Damit ich mir das Auto nicht spiele. Warte mal, ob es ein Kasch, da warte mal. Kann man die? Ah, scheiße. Ah, verdammt. Geh doch weg, ihr scheiß Dreckszombies, Mann. Was wollt ihr denn jetzt alle hier von mir? Ah, du operst sonst eh nix mehr. So, äh, wo bin ich dann? Da auch noch. Ich konnte mal entgegegerollt. Oh, scheiße. Ich bin jetzt hier, au, keine Ahnung, an der Scheune. What the fuck? Das kann ich doch nicht erzählen. Oh. Und jetzt kommt mir da von vorne auch noch so viel entgegen. Das war keine gute Idee. Ob ich die auch nicht sehen kann. Ah, jetzt bist du hinab... Äh, okay. Wenn nicht, fahr einfach nochmal zurück an die Straße. Ah, jetzt bin ich eingestellt, wo ich war, warte. Das kann ich mir auch sehen. Au. Soll ich, hör dich? Ich, warte, 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 mach halt, mach halt, achso. Ach, warte, ich mach kurz sauber. So, okay, die sind weg. Was ist er denn? Der ist auch weg. Ah, das bist du? Ich kann dir mal entgegengerannt. Ich seh dich zwar nicht, aber... Na, ich seh dich. Oh, da. Oh. Ich seh dich. Gut, der ist voll. Ich will aber gerade noch Zement. Wolltest du da noch irgendwo hin, oder? Du hast keinen Bock mehr, oder? Was? Oder wie? Nee, Bock. Ich habe Bock. Aber ich froh nur, ob du noch irgendwo hin willst, ob du noch was brauchst. Naja, hier um die Ecke ist irgendwo eine Fabrik. Da gibt es auch noch Solar. Wir brauchen mehr Strom. Ah gut, dann gehen wir gerade ums Eck. Ich weiß, wo man noch was machen könnte, ne? Warte. Denn deine Horn- und Aufbau-Geschichten, die kosten ja, da brauchst du ja auch Strom für. Oh, Zombie-Respawn. Ich komme hinterher, gewollt. Oh, shit. Wir haben kein Reparatur-Kit mehr, ne? Im Auto. Wir haben schon mal so... Jetzt bin ich hier hochgerollt. Weißt du, das Auto können wir nicht. Warte, hab du gerade ein paar Problemchen? Okay. Zu links rum oder rechts rum? Warte, ich komme zu dir. So. So, da war ich doch gerade irgendwo, ne? Ah, okay, warte. Bleib überstehen, ich bin da vorne. Halt doch links rum. So. Okay. Weitere mal, wir sind jetzt auf der Karte. Oh Gott. Genau. Wir müssen jetzt quasi beim Händler wieder vorbei, beziehungsweise wenn du hier auf dieser kleinen Straße bleibst und dann so gerade in den Schlenker rum. Warte. Ich fahr jetzt, ich fahr wieder hoch. Genau, genau. Oh, oh. Go, 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 go. Nö. Alter, ist so viel. Fuck. Wow. Ja, fahr mal dorthin. Aber nicht beim Hafen, sondern davor. Nebendran ist noch einer. So, mit Triebgedönse. Genau, irgendeine Fabrik. Warte mal, ich guck mal auf meinen schlauen Zettel. Ja. Genau, das ist rechts davon. Ah, da ist oft ein Krabler. Ja, das habe ich gewöhnt. Du findest auf jeden Fall. Ach, guck mal da. Das ist auch die Strecke mit der ganzen Wölfe und alles. Eine von den 5000. Das ist dieses Umspannungswerk. Das kann auch gut sein, ja. Ach, stimmt, ja, ja. Also rechts da dieses... Oh, eine davon. Was ist das hier eigentlich? Ach, das ist das Zug, die vorne. Ach, das sind die Zug... Ja, 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 genau. Genau. Wo ist hier... Ah, wo muss hier das Umspannungswerk sein? Hm, vorne rechts müsste es sein. Aber links ist der Hafen, ne? Ja. So, hier. Genau. So. Inventar... Ah, warte, ich mache es gerade noch kurz leer. Ah, ja, ich bin nämlich auch noch... Ich muss auch noch mal den Rucksack tauschen. Ähm... Ich weiß nicht, weil der Gelbe war, glaube ich, noch leer. Das ist so geil. Mit dem Blitz. Oh nee, da sind ja überall Dingerkisten drinne. So. Neu. Die ganze Rucksack, die waren gar nicht richtig leer. Munition war noch... Oh. Munition war noch drin. Glaube ich, irgendwo. Äh, hier sind voller Werkzeugkisten. Ja, die haben, glaube ich, ich da drin gemacht, weil mal kein Platz mehr heute. Ja, genau. So. So. Okay, let's go. Es sieht doch gut aus. Können wir hier schon mal? Äh, ja. Ach komm, ich glaube von der anderen Seite, ne? Hier ist das, glaube ich. Oh. Da waren auf jeden Fall auch immer wieder Solarpellen alles. Generatoren, ne? Ja. In einer großen Halle. Ach so, hier. Nuggets mitnehmen. Hm? Verweisen. Stimmt. So, das ist ein Solarpanel, ein 200er. Und Zement, nice. Plastik, Gummi, Draht, Zement. Du hast auch noch ein Solarpanel? Ich schmeiß die Mokrat hier irgendwie mit dem Wandler. Zwei Stück. Schmeiß ich Mokrat den. Obwohl, Wandler haben wir noch zuhause. Kein Beispiel für Werder. Äh, delele. Ich glaube, Wandler brauchen wir keinen. Da ist noch ein Kraftstoffgenerator. Hier sind wieder mit dem Dinger zum Auseinanderbauen, aber habe ich jetzt eigentlich keinen Rücken. Da ist auch noch ein Solarpanel. Und ein bisschen Plastik. Du hast noch Benzin. Kann man ins Auto mal? Ich habe hier auch noch ein Solar. Bücher. Brauchen wir jetzt auch nicht. Sag mal, du hast da ein Solar hingeschmissen. Dann packe ich meins mal dazu. Ja. So, das nehme ich mit. Sag mal, hier auf einen Haufen stellen. Zur Not müssen wir irgendwie mit dem Auto hier ran. Ich habe hier noch Motoren. Ja, das können wir auch machen. Kommen wir nicht durch, oder? Ach, so was. Oder? So, ich gehe weiter in die Halle. Wo ist er? Da ist noch ein Tegel. Was ist das? Zement? Zement. Nice. Meins. Zement. Können wir uns auch mit Tod haben. Oha. Ja. Wollen wir auch nicht mehr. Denkst du uns am Arsch, ey. Jetzt haben wir viel Klinik zu. Stand-Ein-Zombie. Ach, du... Bam, bam. Was ist ein Werkzeug? Was ist das hier? Eiseklumpe. Oh, warum nicht? Oh, die kannst du hier noch durch. Und überladen. Äh, machen wir das so. Zack. Ich hole mir das Auto da her. Wir packen mal gerade eben das in, was wir jetzt gerade gefunden haben. Mhm. Dann ist das schon mal safe. Ja, vor allem. Ich habe auch schon ganz viele Eisen-Nuggets. Die sind ja auch mal gewichtig. So geht es mir auch gerade. Aber es gibt immer ganz viel Platz, äh, oder ganz schnell Platz in irgendeiner Ecke, Rucksack oder sonstiges. Dann ist es hier noch. Brennstoff. Wichtig ist erstmal Solar ohne Ende. Oh, hier liegt auch noch eine. Damit wir im Lager erstmal auch Strom ohne Ende haben. So. Dann haben wir schon vier Solar-Dinger hier liegen. Äh, 200er, ne? Das müsste eigentlich auch schon gut bleiben. Egal, das ist scheißegal. Wir nehmen erstmal alles mit. Wir können das alles gebrauchen. Was wir haben? Oh, diese Klumme. Bitte? Was wir haben, haben wir. Ja, ja, natürlich. Das wäre. Scheiße. Scheiße, nur ein allgemeiner Argument für später. Ich denke, so viel werden wir nicht brauchen. Aber wenn wir es halt hinbauen und wer weiß, was wir da noch alles hinzaubern. I don't know. So ist alles ganz gut. Naja, wir haben vier Häuser, äh, von uns. Das ist voll. 200er. Da ist noch ein 50er. Okay. Das ist Assault-Rifle. Okay. So, dann packen wir mal wieder da her. Ach, komm. Obwohl, bei uns um die Ecke ist direkt die Tankstelle. Komm, scheiße. Darauf bekle ich nichts zu sagen. Ähm. Ne, ne. Was ist da passiert? Oh, ich habe wieder Grafikfehler. Oder ist das Schatte anscheinend irgendwie? I don't know. Wahrscheinlich Schatte. Ja. So, ich komme rein gefahren. Oh. Boah, ein Parkour fürs Auto. Oder so Rambo oder so. Hier ist noch ein Generator. Jetzt müsste sie ja normal aus ihre Löcher gekrochen kommen. So. Hast du schon einer? Was? Kraftstoffgenerator. Oder haben wir noch beide zu Hause? Ich weiß es nicht. Zu Hause. So, jetzt gucken wir erstmal. 200er. Ne, komm mal. Oh. Oh, Klumbis. Aluminium, Eisen und Aluminium. Okay. Bum 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 bum. Da haben wir noch eine. Was ist das hier? Industriebatterie haben wir noch eine und hier noch ein Generator. Also wenn wir Generatoren wirklich brauchen müssen wir jetzt wo genau. Ich hab jetzt erstmal alles Richtung Auto. Ja ich komm auch gerade. Bisschen Zement, Kabel, Platine, Motor nehme ich auch mit. Auch wenn wir schon welche haben. Ich glaub so war ja genau hier liegt hier schon alles. So müssen wir mal gucken ob wir das ganze Zeug irgendwie ins Auto bekommen. Ich habe jetzt nur die Gegend ein bisschen abgeguckt also Solarpanel habe ich jetzt Can-Smake sehen. Vielleicht da vorne noch irgendwo. Oh. Irgendwo kommt ein Zombie. Oh bitte, ich kann hier respawnen, Alter. Nee. Nein. Was zum... Wo ist mein... Ah. Aluminium. Was ist das hier? Wärmetausch. Achso Wärmetausch. Brauchen wir nicht. So. Einmal diesen, einmal diesen. Der Recht ist alles washed. Gut, die Autos hab ich auch geloadet. So, das da oben rein. Das... So, mein Inventar ist komplett voll mit Stuff. Ich krieg vielleicht noch ein bisschen Benzin mit drin. Ja, das war's. Die Motore und andere Gedönse können wir da drin. Benzin, Benzin können wir das nicht noch irgendwie? So, ich sortier grad die Taschen. Dann kann ich vielleicht nämlich die Motore hier mitnehmen. So, das war's. So, das ist mein Rucksack. Der muss erstmal ins Auto. So, jetzt nehme ich mir den nächsten. Okay, der ist auch wirklich gerammelt voll. Aber... So, ja gut. Liegt jetzt alles im Auto. Ist doch noch ein Lehrer drin. Hm? Weiß ich nicht. Nee, ich glaub nicht. Ich guck jetzt erstmal. Ah, Quatsch. So, wo war jetzt der Motor? Ein Motor hier rein. Zack. Da ist der auch voll. Achso, der Militärrucksack, das ist meiner. Der ist voll. Der kann schon wieder rein. Der gelbe ist auch. Wo ist... Habe ich den jetzt hingeschmissen? Der ist auch voll. Warum sehe ich den ja nicht jetzt? Also, der ist voll. Wo ist der gelbe? Ah. Der ist voll. Der ist voll. So, jetzt haben wir hier... das so hin. Das... das passt nicht. So, jetzt habe ich den nächsten Rucksack. Gut. Ich hab deine da auch schon voll. So, der hier ist auch voll. Der hat... Weißt du was? Ich schmeiß die Bücher durch. Ich schmeiß die Bücher raus. Brauchen wir überhaupt nicht. Das war alles von der Händlerkiste. Genau, so wie das Magazin haben wir 1000 Moor. Das haben wir auch 1000 Moor. So. Der ist fast kaputt. Einmal, zweimal, drei, da, da. So, das ist dort drin. Und dann haben wir noch ein Solar. Oh. Der hier ist komplett voll die Munitionskacke. So. So, Rucksäcke müsste jetzt... also alles müsste weg sind, was man mitnehmen wollte. Hm. Ja. So, noch ein bisschen Benzin. Da sind noch Steine. Da ist noch der gedünstet. Das geht auch noch hier rein. So, der ist da drin. Ups. Zack, zack, zack. So, was ist jetzt hier mit den Rucksäcken? Die sind alle... warte, ich bin gerade dabei. So, jetzt ist alles weggepackt. Können alle rein. Da geht Bolib raus, ihr Leute. So. Dann hätten wir es doch. Hast du die Steine auch wieder aufgesammelt? Ja. Okay, cool. Sind alle im Rucksäck. Warte, warte, der eh ein Rucksack, der muss noch rein. Ach so, du bist noch dran. Ja. Okay. Bin noch am gucken. Zack. Ja, ja, mach nur. Da war doch gerade ein Stein hier weg, so. Sonst gucken wir hier nochmal. Denne kann ich auch in die Hand nehmen. Oder... Ach so, du hast ihn jetzt. Okay. Kampf Ninja. Moin, Moin. Ja, Rucksack Scrabble. Ja, brauche Platine. Wir brauche eigentlich jetzt alles. Zement, Eisen, Solarpanel. Ich bin auch gespannt, wie es wird. Also für die nächste Horde Base. Dies muss die richtige, weil das andere war ja nur Test. War schon ganz... ja. Multitasking Tetris, ja genau. Oh. Ja, hallo. Das ist wunderbar. Muss nochmal gucken. So. Oh. Habs gleich. Den einen Rucksack, ich soll auch nochmal austauschen. Der ist fast im Arsch. Der eine von diesem großen Grauen. Mhm. Jetzt bin ich im Arsch. Ich mach eben mein Rucksack voll hier. Ja, ich komme. Ja, mehr brauchen wir hier eigentlich. Okay, ich komme. Jetzt haben wir auf jeden Fall ordentlich bisschen was. Bissi, bisschen. Das ist nicht viel. Nö, das ist ratzfatz, ist das wieder weg. Aber für jetzt langt's erstmal. Also was Strom angeht und so, wird das definitiv lange für die Base. So, zack. Oh. Teile. Ja, wie heißt das? Empfindliche. Hä? Ich war da vorne dran und hat das rausge... Okay, respawn? What? Oh, nö. Ich hab die Autos nämlich hier alle gar leer gemacht. Da waren aber noch immer empfindliche Teile. Okay, interessant. Ich hab's gleich. Oh. Hier liegt noch Plastik. Alle Sachen sammeln. So. Jaaa. Ich hab... Wir haben noch eine halbe Stunde. Ja. Oh weh. Oh, noch was wegsortieren. Oh weh. Oh weh. Ne, man kann eigentlich schon mal ein bisschen was in die Base rein hauen. Und es darf... Wenn wir es das nächste Mal... Also Steine, Baumstämme... Ah, wir brauchen... Ja, wie immer. Auch alles. Wir haben gesagt, dass ich meine Steine mit dir teile. Bitte? Wir hatten gesagt, dass ich meine Steine mit dir teile. Dann behalt's doch. So. Gott, könnte ja jeder kommen, ey. Steine. Das war knapp wie nur so, ey. Oh ja, die Gravi-Card ist wieder Hardcore Struggle. Man sieht wieder die ganze Pünktcher überall. Immer dieselbe Uhrzeit. Immer so sechs, sieben Stunden. Ab dann fangts an. Ah, fünf, sechs Stunden, ja. 10 Minuten. Ach, dauert noch drei Tage. Okay. Bis zum Respawn. Hm. Aber gut, dann haben wir... Ja, drei Tage. Dann gibt's Loop Respawn. Und dann nochmal fünf Tage. Bis zur... Oh, heute. Mal gucken. Vielleicht tue ich mir das nochmal angucken. Mit dem Dedicated Server. Aber... Eben, nochmal... nochmal testen. Ich will wissen, wie das ist mit dem... mit dem Admin-Menü und so. Bin ich gespannt drauf. Und vor allem packe ich erstmal die ganze Name drauf. Die vorher drauf waren. Auf dem öffentlichen Server hier im Coop Play. Die wäre nämlich erstmal gebannt. Das sind nicht viele. Ich glaube, es waren drei oder vier Leute. So.